Ja, hier haben wir was anderes. Aber es sind auch keine Silikonbrüste, oder? Es sind ganz normale Schokolade. Ja, natürlich. Ganz natürlich. Doppel D, oder? Wie heißt das, oder? In klein und in groß. Gibt's für alle. Guck mal für die Golfer. Mit Golfschlägern. Ein Golfball. Auf so eine Idee muss man es machen, oder?